Do you know the way? Äh, can you die? Da landet vor uns einer mit nem richtig heftigen Skin, der Typ muss gut sein. Oder der Typ hat einfach Geld. Ich geh mal zu dem Haus neben, äh, dran. LOL! Direkt ne Leggery Pistol hier unten. Was? Ich hab ne blaue taktische Maschinenpistole. Digus, es gibt Türen! Wollen wir reingehen? Äh, ja. Tillus, kommst du? Sofort, ich hör mir grad ne Waffe. Okay, dann warten wir noch auf Tillus. Ich bin ein bisschen weiter weggelaufen, weil das... Okay, unser Kollege ist schon weg. Ich nehm den auf Tim und schmeiß beide rein. Warte, er kriegt Disco-Granate. Ah, scheiße. Wow. Das hat's gebracht. Der war gegenüber an der Straße, an der Tonke. Ich seh' ihn. Wo? Bei der Tankstelle. Lass holen. Der ist low. So drückt kriegen wir ihn. Aber ja... Ah, hier! Was wolltest du sagen? Ja. Wir liegen an der... Neko. Da... Neko... Äh, hier. Ding. Kannst du auch haben. Ding... Ding... Sind ja keine Unmenschen. Sehen nur aus wie welche. Lass sie mal dahinten zu, dass die Depöten wären, oder? Das ist der Ort, wo ich immer sterbe. Ich glaube, ich war da noch gar nicht. Das ist ein Depot. Ah, wäre ich nicht drauf gekommen. Ich dachte gerade, der Einkaufsfall ist. Ja, ich aber auch gerade. Alter. Wir wurden schon gebattelt. Wir sind ja auch schon ein paar weg. Ja, das Leben noch 40. Ups, sie hat es verbockt. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, da oben da. Ich habe mich. Links, links, links. Ich kann. Nico, Ehrenmäus. Ich brauche unbedingt noch Holz, Alter. Ich habe 13 Holz. Ja, okay. Dann hol du dir. Da oben, da oben, da oben, da oben. Wo? Hier, da wird gebaut. Ach so, Leute, da. Der hat 60 Schild weg. Im Haus, im Haus. Im Haus, im Haus. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe es gesehen. Der fängt mit. Ja, wow, alter von hinten. Fuck. Nein. Schade. Loil, was? Verstehe ich wenig schade, nicht einigen. Obwohl ich sie dauerhaft hitte. Ja, ich habe eben auch mit dem Sniper ihm zwei gegeben. Es hat so gut wie nichts gebracht. Ich habe ihm zwei Sniper gegeben, hat es aber nett. Zwei Schüsse. Ich habe ihm zwei Sniper gegeben. Wow, er war ja ein richtig netter Typ. Es gibt ihm einfach zwei Sniper. Er fragte mich nach einer Sniper und ich gab ihm zwei Sniper. Der Corny Ehrenmann. Maximal Ehrenmann. Wailing Woods, Wailing Woods. Greasy Groove, bitte. Nein, Wailing Woods. Junge, alter, was willst du mit... Wailing Woods? Die Runde danach können wir zu Greasy irgendwas gehen. Ja, dann fliegt wahrscheinlich der Bus dann einen nach Hololulu. Du hast zu viel Munition, kann das sein? Ja, das wart ihr, oder? Da hinten wird geschossen. Da hinten, ganz hinten. Die schießen auf mich. Keiner hat Hit. Ja, der sich eingebaut hat, hat richtig jetzt aber. Ich bin gerade in einer miese Situation. Wow, Alter, ich bin gerade umzingelt. Ah, ich bin weg. Er hat einfach ein fucking Schild. Ja, was hat der für Items? Ich nehme jetzt einfach selbst das Leben. Wäre unser Mate da, dann könnte er uns ja helfen. Aber nein, der ist ja dann irgendwo und denkt sich... Höhöhöh. Sie ignorieren mich. Sie töten mich los. Ernsthaft? Danke. Mach den bitte, Bus auf. Hallo. Hallo, mein Freund. Hallo. Do you know the way? Can you die? My friend, this is not the way. You peaked. Er ist Slug, man. So, wollen gehen wir, Jungs? Der Typ will wailing wood. Ja. Ach komm, Alter. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Runde. Du magst die Wedding Woods nicht, ne? Ich mag dich nicht. Ich merks. Gesterben. 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 Is this the way? No. Hier auf Kern. Was ist das für ein Hurenzoll, Alter? This is the way I know you have cancer. Okay, Jungs. Ich bin gefickt. Hier sind 10 Millionen Leute. So, ich will mit 6 HP nicht weiter rumlaufen. Dein Ernst, Nico? Guck, jetzt habe ich 24 mehr HP. Jungs, nennt mich Sherlock Holmes. Sind wir in der Zone? Wir sind in der Zone. Und ich habe 30 HP. Ich habe 100. Kappa. Bei Friendly Fire an hättest du nicht 100. Ich werde sowieso als erster sterben, weil ich will da nichts haben. Also Nico war ja schon mal tot, also als erster sterben. Ich war nicht tot, ich war ausgenockt. Ne, du bist als tot. So, okay. Das heißt, wenn ich einen Boxer-K.O. haue, dann heißt es also, ich habe jemanden ermordet. Will jemand von euch eine Shotgun? Ich möchte einen Schreifflug, ja bitte. Ich habe nur Spitzhacken. Dann renn doch nicht weg von mir. Ja, ich habe hier gerade ein Haus, wo Trank ist. Du hast ein Haus? Ja. Krass. So, ich komme zurück. Oh. Ich habe den Raum angeschossen. Danke. Arme nach Keulung. Wow. Okay. Ich, nur. Also okay, ich habe 26 HP gehabt. Stimmt. Ich habe noch 7 Muni. Ich habe noch 6. Und bin down. Los, Tim. Ja, das war es mit meiner Muni. Los, Tim. Ja. Okay, Tim, ich kann mich ausloggen und dann kannst du meine Munition nehmen. Niko, schau dich eher um und sag mir, wo ich bin. Kann ich ja nicht. Ich sehe ja nichts. Okay. Wir können uns auch einfach verpissen, Tim. Nee, ich will die ficken. Darf ich nicht. Ich habe noch eine Shotgun. Bauen Sie sich hoch. Wo sind die? Ah, da. Wow, Alter. Trinkt auf irgendeiner Internetseite dich gerade offener Werbung an. Scheiße. By my side. Der Renault Captur. Es gibt immer einen anderen Weg. Entdecken Sie den Renault Captur. Und sichern Sie sich jetzt kolzenlose Winter komplett Räder. Für den Renault Captur und viele weitere Renault-Modelle. Eher mein Interesse? Hast du schon ein Schild? Nein. Ich habe noch einen großen Trank gefunden. Den trinke ich doch gerne. Der ist doch gut. Das ist meine Pistole. Gebe ich gleich wieder auf. Ja. Oh Gott, wir müssen Richtung Tilted Towers, Tidus. Yay. Yay. Da geht gleich, da werde ich glaube ich gleich getiltet. Warnschüsse, warnschüsse. Alter, nee, du tiltest mich doch so schon. Einfach dieses so schon. Alter, stirb bitte leise. Das habe ich mich selbst eingebaut. Da hinten, da hinten. Da hinten. Ja. Da drüben. Geh mal rüber. Da oben. Fuck. Bist du drüben? Ja. Lenk sie weiter. Habt ihr nein? Nein, Tidus. Ja, ich lebe noch. Hab ihn. War das nur einer? Ja. Okay, dann komme ich jetzt zu mir rüber. Da liegt jetzt so viel Loot. 1 Neues Abweckungsmanöver war das. Wo bist du denn? Ich bin kurz auf Toilette. Hey. Ich bin tot, Tidus. Achso, du bist komplett weg. Ja. Fuck. Ja, ich glaube die beiden hätte ich auch nicht geschafft. Okay, einer der nicht in unserem Team ist, kommt hier runter. 2. Fuck. Wenn ich das schaffe, ne? Nenn mich König. Aber ich glaube, dass Westlich ein Spitzack ist. Zu low. Ja. Das war's für mich. So abzählig. Ich glaube, ich habe einen Kill gemacht. Wir sind Teil Kingos. Los, los. Los Kingos. Halte, ihr seid das richtige Abrisskommando da. Reicht die Hütte ab. Heicht die Hütte ab. Wir haben den Busch im Team. Der Busch. Die ist einfach nichts mehr. Ja. Auf der Karte ist es aber noch eingezeichnet. Das hat keine Minecraft-Karte. Ich glaube, die wollen hier eine komplette Festung aufbauen. Das Ding ist, wir sind nicht mehr in der Zone. Das ist nicht PvE, Leute. Das ist unser Blower Mate. Der geht schon weiter. Wollen wir noch eben gucken, ob hier oben irgendwas drin ist. LOL. Was? Schau nach oben. Ernsthaft. Das hat er die ganze Zeit geplant. Ich habe es absolut nicht abgecheckt, Alter. Ich dachte mir gerade die ganze Zeit so, hä, ich bin doch hier bei dem Launen, aber ich sehe ihn nicht. Seid ihr euch nach oben? Klasse. Ach du heilig, was denn hier passiert? Junge, wie weit vorne bist du gerannt? Alter, die haben sich hier verpackt. Alter. Komm zurück, die durchs. Ratsitz in Festung. Ich glaube, das ist auch ziemlich... Ja. Nico? Ja? 3, 2, 1, go. Oh, Titus und ich. Synchron. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Stopp, stopp. Der Nicknock tanzt aus der Reihe. Nicknock, Alter. Paren jetzt alle nacheinander. Erst ich, dann Titus, dann Nico. 3, 2, 1, go. Ich habe gelaggt, was? Jetzt ist es kaputt gegangen. Also ich kann jetzt ab sofort, wenn einer von euch gestorben ist, ein bisschen Respekt pränen, ne? Fuck. Falsches Ding. Was? Das meinte ich mit Respekt. Also Nick, du weißt, wie das Spiel abläuft, oder? Ich glaube, man muss einfach sterben, oder? Perfekt. Nein, ich bin schwarz. Und ich bin Rassist. Oha. Heißt du Mert-Martan? Siehst auch schon aus wie so ein Rassist, ey. Nur weil du Titten hast, oder was? Und nicht nur in-game. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, voll. Können wir nicht auch wieder mit einem random spielen? Just got Fortnite, do it right. Nick carried das jetzt. Can I smell your feet? Genau, vor allem, wenn mein Spiel die ganze Zeit am laggen ist, wie scheiße. Jungs, wir suchen uns, wir nehmen das Dach, wo ich lande, da treffen wir uns. Ich nehme das Main Tower Gebäude. Ja, Nico, das meine ich. Weil mein Spiel lag wie scheiße. Alter, der Typ ist da hingegesleidet. Das gott Tilde Towers. Mehr do I drop. Ich bin tot. Klopf die tot. Bei der Mann von Grayskulls. Was ein fucking Ehrenmann. Warum klopft er denn auf mich, der wuchen Sohn? Los, töt ihn. Nico, Tidus, du kannst dich nicht töten. Nein, nein, nein. Oh, Sam. Er heißt einfach Fummel. Tidus, den größten Fehler, den du machen kannst, ist zuerst nichts zu resen. No front jetzt aber. Dankeschön, du Bastard. No front, aber full front, ja. Da liegen drei Spieler. Zwei, die so schon ein paar Stunden Erfahrung haben und dann liegt da Nick. Okay, Jungs, nochmal vierte Towers. Diesmal wird das was. Kannst du mal deine scheiß Fresse halten? Nick, du musst noch auf bereit drücken. Ja, warte mal. Das ist unten rechts. Da sind ja gerade noch die Grafikeinstellungen. Das Spiel sieht zwar jetzt aus wie halisch. Ich habe nur die Grafikeinstellungen und auf einmal ist so eine Frau. Nick, ich muss auch auf alles niedrig spielen, also komm, heu nicht rum. Äh, hallo. Ehrenlos. Tilos, hab uns. Tilos, töte den. Los. Los. Töte ihn. Bies ihn ab. Töte ihn. Belebt Nico zuerst wieder. Belebt Nico zuerst wieder. Wo ist Nico? Da. Unterm Tisch. Hallo. Jetzt hast du dich wieder unter den Tisch gesoffen. Alter, was macht der da bei dir, Tim? Tilos, was ist nicht, dass man alles aufzieht? Wie gut, dass ich das alles aufnehme. Das Match hat noch nicht... Hallo, Ruckball. Weil wir aus unseren Fehlern lernen. Tilos, wir gehen zum Treppen, halt Hilted Towers. Das ist nicht aus den Fehlern lernen. Hallo, ich bin noch im Tour. Belebt mich doch mal wieder her. Booyah. Alles klar. Ich muss leider was mit euch klären. Können wir bitte diesen Koopanik entfernen? Ja, bin ich auch für. Ja. Okay. Okay. Hast du den sowieso. Ich hab schon öfters drüber nachgedacht, ihn zu blockieren auf Fortnite. Ich hab ihn schon auf Habo blockiert. Auf Habo. Nur ein Babo spielt Habo. Ui. Nein. Ich hab's verfehlt. Das ging ja schnell nicht. Ich weiß. Jetzt kommen wir wieder gewinnen, Alter. Nico, du bist so ein Uhrensohn. Was denn? Da wollte ich landen. Ja, dann markier das doch. Ich hab' jemanden auf jeden Fall umlohacht. Weil ich bin grad erschossen worden. Nein, Dinos. Alter, was ist das für ein Penner? Alter. Könnt ihr auch mal wen am Leben lassen hier? Amina Zick der Ria? Herr Penner hat mich echt auf 10 AP runtergehauen, um dann von mir zu emoten. Huch. Komm, komm her, komm her. Nein, lauf zu mir. Bruder, lauf zu mir. Nein, Erzenseel, ich lauf. Nein. Mui. Thank you, my friend. He's not no dubi. Just, battalst du dich da gerade? Ja. Ist da noch einer? Keine Ahnung. Ich hab' den grad beim Auffrischen erwischt. Ach. Ach. Hey. Hey. Ich kann mit der Waffe nicht spielen, Jungs. Abstand. Weißwurst. Und wir werden ihn zurück in Uganda bringen. Wie ist das? Hallo, Titos. Hi. Oh ja. Dann lass uns da drin verstecken. Wir suchen nach ner Münze. Oh ja. Da hab' ich mich erschrocken. Da hab' ich mich erschrocken. Dead Escalate Crick. Oh ja. Alter, schreck mich. Ich hab' den Schrapp abknallen. Hey, wir sind gerade hier. Danke an, welcher Mongo auch immer mich da geblockt hat. Ich liebe dich. Das war Titos. Wenn er nett war, versucht hat den Maid zu heilen. Man, Titos du Mongo. Er versucht den Maid zu heilen, wenn hinter die einer mit der Shotgun steht. Alter, schlaue Idee. Vielleicht bemerkt er's ja nicht. Vielleicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich.